Ein Gewinner zu werden, darum geht es. Nicht im Lotto zu gewinnen, nicht nur ein Fußballspiel zu gewinnen, nein, Lebendigkeit zu gewinnen, das ewige Leben zu gewinnen. Was müsste ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? fragt einmal ein Mann Jesus. Er meint damit nicht, was muss ich tun, damit ich nach meinem Tod weiterlebe. Ewiges Leben ist was anderes. Ewig ist ja Gott. Und ewiges Leben, das ist der Lebensstil Gottes. Gott ist total glücklich. Gott ist jemand, der voller Liebe ist und der in Frieden lebt. Und ein bisschen so leben zu können wie Gott, so glücklich, so voller Liebe, so friedfertig, das wäre ewiges Leben. Dann wäre ich ein Gewinner. Was muss ich tun, damit ich das bekomme? Die Antwort Jesu ist verblüffend. Falsche Frage, sagt Jesus. Die Frage heißt nicht, was muss ich tun, sondern was musst du lassen, um das ewige Leben zu bekommen? Was musst du sein lassen? Was musst du loslassen? Dabei denken wir dann manchmal daran, dass wir dann halt Geld loslassen müssten, dass wir arm wie der heilige Franziskus leben sollten. Aber so habe ich mir überlegt, vielleicht geht es gar nicht darum. Vielleicht müssen wir was ganz anderes loslassen. Die Bitterkeit, die sich in unserem Leben angesammelt hat. Vielleicht müssten wir die Verletzungen und Wunden loslassen. All das, was wir nicht vergeben konnten und was wir wie eine Waffe immer noch gespeichert haben, um es irgendwann nochmal auszupacken und sagen zu können. Ah, du hast schon damals das und das Böse getan. Jetzt zahle ich dir das heim. Vielleicht müssten wir manche schlechte Gewohnheit, die kleinen Laster loslassen. Ewiges Leben wäre nicht schlecht, so richtig glücklich, ganz liebevoll in Frieden leben zu können. Heute im Nachtgebet bete ich darum, dass wir diese Frage wirklich an uns heranlassen. Was muss ich sein lassen? Was muss ich loslassen, um so leben zu können? 22 Uhr, DOMRADIO.DE, dein Weihbischof Ansgar.